Jo Leute, was geht? Und willkommen zurück zu Rocket League. Heute spielen wir gegen einen All-Star-Bot und danach noch gegen zwei Bots. Ich weiß nicht, sind die dann auch auf All-Star oder auf... Ich meine, das ist... Also, Schwierigkeitsgrad ist ja unfair. Das macht irgendwie dann wenig Sinn. Egal, auf jeden Fall jetzt erstmal All-Star 1 gegen 1. Schaut euch das... Oh, scheiße, meine Stimme, ey. Okay, schaut euch das letzte Video an. So, das wollte ich sagen. Und ja, genau, dann haben wir gegen Anfänger und Profi-Bot gespielt. Und jetzt gegen All-Star. Let's go. Wir spielen gegen Iceman. Okay. Nice. Der fährt jetzt wahrscheinlich so komisch wieder an. Ja, genau. Jetzt kommt der Ball erstmal zu mir. Und jetzt muss ich ihn nicht treffen. Okay. Okay. Alles klar, Digga. Das war wieder so ein billiges Gegentor, ne? Aber wie gesagt, ich gewinne so 60% oder so der All-Star-Matches eigentlich immer. Ich fahre jetzt einfach mal nicht. Weil dann kann ich nämlich das hier machen. Und der kommt nicht. Doch, geht er rein? Nein, geht er nicht. Och man, was mache ich denn? Jetzt... Hä? Wie unfair ist das denn? Oh mein Gott. Er ist einfach schneller als ich mit Boost. Ich verstehe es nicht. Das war irgendwie schon die letzten Matches auch immer so. Ja, Junge. Bot, verpiss dich jetzt mal. Ja, ja. Das war riskant. Ich weiß. Aber egal. Junge, wieso bist du schneller als ich? Hä? Ich verstehe nicht, warum der Bot mit Boost schneller ist als ich. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Ja, ach Junge. Och Mann! Ich hab gar nichts gemacht. Ey, ich bin grad sowas von lost. Ja, jetzt hat er mal verkackt. Jetzt... Trotzdem wird er den jetzt holen. Ach, ist doch egal. Ich geh erstmal nach hinten. Das Tor am Anfang war echt unnötig. Er ist wieder schneller. Hä? Er ist schneller, obwohl ich dieses Dingens hatte. Das er mir gegeben hat. Hallo? Bot? He, he, he. Hey, er hat nicht mal Parade bekommen dafür. Warum das? Oh. Ne, alles gut. Alles gut. Kick ihn weg. Weg. Hey, jetzt ob... Jetzt hat er nicht mal weggekickt. Oha. Ich hab... Ja, ich hab nicht mal den Ball getroffen. Ha, diesmal war ich schneller, du Loser. Und jetzt mache ich ein Tor. Und das ist unentschieden. So, ich warte, glaube ich, wieder hinten. Da habe ich auch schon ein paar Mal ist mir da auch der Ball durchgerutscht. Aber jetzt hoffentlich nicht. Und ist er ja auch nicht. Jetzt noch ein Tor. Ja. Bumm. Ach, Mann. Da muss ich jetzt schnell zurück. Weil sonst einfrieren. Oh, Junge. Was hat er denn für einen Schuss gemacht? Der war ja immer mega stark. Ach, er hat das Item angemacht. Ich war selber ein bisschen dumm. Junge, der ist ja mal 152 kmh. 2-2. Aber ist ja gut alles. Jetzt fährt er wieder so komisch seitlich. Ich auch. Oh, das war irgendwie ein guter Anstoß. Einmal rüber. Tor. Oh, oh. Ich wurde gerade zerstört. Aber er fährt verkackt. Ich dachte, ich muss rückwärts hin. Okay, komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell. Nicht, nicht. Ne, 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 Bot. Ne, 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 Bot. Jetzt habe ich den Handsch... Oh, mein Gott. Bin ich dumm, Alter. Weg. Ja, den hast du nicht bekommen, was? Ja, das war trotzdem genauso dumm, was ich hier gemacht habe. Bitte. Ja, danke. Wo ist er? Wo ist er denn noch hier? Ah, Mist. Aber war irgendwie zu erwarten, dass es nichts wird. Er teleportiert mich. Okay. Okay, ich stehe einfach weg. Nice. Nein! Zu tief. Scheiße. Schnell. Zurück. Zurück. Ah! Oh, der wäre reingegangen, glaube ich, oder? Ah, jetzt am besten nicht. Oh, Gott. Ah, okay, nice. Bam! Kick. Bester Block aller Zeiten. So. Einmal hoch den Ball. Jetzt hat er dieses Item. Das muss ich sagen, feiere ich auch extrem. Dieses, diese... Wie heißt das denn? So ein Enter-Arken oder so, glaube ich, ne? So. Ja. Okay, jetzt ist... Also, es ist verdammt knapp. Alter. Oh, ich habe den Ball sogar getroffen. Null. Nice. Äh. Ich hasse... Ey, ich hasse dieses Wirbelsturm-Item, ne? Ich hasse das wirklich. Okay, jetzt hat er auch verkackt. Das ist gut. Aber ich verstehe nicht, wozu man das braucht. Ich verstehe es einfach nicht. Also, ich kann es aktivieren. Dann geht der Ball nur ins eigene Tor. So, warte jetzt. Oh, jetzt, ob er verkackt. So. Ich weiß nicht, was es bringt. Was bringt das? Es wirbelt der Ball hier so ein bisschen durch die Gegend, aber... Ach, nein. Ach, bitte nicht. Och, Junge. Es ist so knapp. Zehn Sekunden. Er hat so viele Chancen, der Typ. Aber er verkackt immer. Komm, jetzt machen wir es klar. Oder auch nicht. Aber das war es trotzdem jetzt. Ich kicke ihn nochmal. Und Ende. Rutsch gewonnen. Hab alle drei Stufen gewonnen. Und jetzt spielen wir noch auf unfair. Äh, dazu einmal Spieleinstellungen. Und jetzt unfair. Eins gegen zwei. Gegen Foma und Juncker. Ich schätze, sind das halt zwei, ne? Oh mein Gott. Das wird so... Okay, sie fahren beide relativ schnell. Sieht aus, als wären das... Sind die auf All-Star? Oder Profi, maybe? Auf jeden Fall nicht auf Anf... Oder ist einer Anfänger und einer Profi. Das kann sein. Okay, sind... Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir das erste Tor. Nice. Okay, die haben beide zwei Punkte. Ich bleibe jetzt hinten. Mal sehen, was sie machen. Okay. Ja, es sind auf keinen Fall Anfänger-Bots. Ich denke, es ist... Es fühlt sich so an, als wären es Profi-Bots. Aber, ja. Ja, den haben wir abgewehrt. Oh! Alter. Junge, also... Es ist schon unfair, irgendwie. Aber das ist der Sinn dieses Moduses, sagt man das so. Keine Ahnung. Oh, nee, er hat das... Oh, nee, er hat das Item... Er hat das... Was machen die denn? Hallo? Ich meine, 1-0 reicht mir. Ihr könnt machen, was ihr wollt eigentlich, aber... Nee, reicht mir doch nicht. Komm. Scheiße. Ja, achso, er hat ihn sogar gehabt. Oh, moin. Ich fahr mal zurück. Und ich mach einfach so. Ich glaub, es sind Profi-Bots. Es fühlt sich irgendwie so an. Junge, es lag mal wieder. Geht ja zufällig, als ob... Als ob der echt reingegangen ist. Was? Muss ich noch mal sehen. Er hat mich zerstört. Ja, der andere war lust. Okay. Statt. Was macht ihr? Junge. Ja, nein. Nein, nein, als ob... Ey, das sah so gut aus. Bam. Na. Lol. Okay, das war schlau. Von ihm. Ach ja. Junge. Ja, natürlich. Ja, wahrscheinlich. Er kickt mich auch noch weg. Ja, gut. Da konnte ich jetzt aber nichts machen, oder? Also das... Wenn er mich da zerstört... Ja. Gut. Quats. Quats. Oh, diesmal... Jetzt heißt es, ob er den jetzt natürlich dann bekommt. So. Beste Drehung hier. Hallo? Und gefahrt ihr auch zum Ball? Ja, danke. Ja, und... Hehehe. Nein. Ja. Als ob. Ich glaube, sein Kollege hat... Hat ihn gehindert. Am Tor für die. Was auch immer. Oh mein Gott, er hat die... Er hat nur... Ich hab nur ihn zerstört, Herr Moin. 3-1. Also ich rede heute definitiv auch schon wieder viel zu schnell, hab ich das Gefühl. So, jetzt... Geh. Bitte rein. Oder nicht. Scheiße. Hehehe. So. Ich rede jetzt nicht so viel. Ich schneide auch wahrscheinlich die Hälfte raus. So, ja, das... Das mach ich einfach so. Dann kann er das nicht... Ah, nee. Dieses Item ist nicht gut. Oh. Nein, ich will... Was mach ich? Warum fliege ich so hoch? Ich weiß doch, dass der da nicht ganz hingeht. Oh mein Gott. Okay, das war richtig dumm von mir. Aber okay. Ja, okay. Das kann... Ich weiß gar nicht, wann das Video hier online kommt. Das ist ja der... Ich nehm das jetzt direkt nach dem letzten Rocket League Video auf. Also das, was zuletzt online kam. Ich weiß nicht, das ist jetzt schon die neue Season. Vielleicht. Da kommen... Da würden wahrscheinlich auch schnell Videos zukommen. Innerhalb von zwei Tagen. Nein. Oh mein Gott, der geht nicht, ne? Nee. Alles gut. So. Ja, jetzt ist mein Magnet. Hier lang. Und rein. Vier, zwei. Ah, ich mach immer so ein, zwei Tore Abstand. Ey, das ist nicht wahr. Ich hab ihn doch noch getroffen. Ey, ich flieg da so hoch zum Ball. Hab verkackt. Dann macht er da so hin. Ich will den Ball wegkicken. Und er zerstört mich einfach damit. Und zerstört seinen Teammate. Gut. Ach, Mann, Alter. So. Ähm. Ja, was kann ich sonst noch so reden? Ist ja... Man kann dabei ganz gut reden hier so. Finde ich. Junge. Leute. Alles klar. Einfach weg. Ja, ich weiß nicht, wann Bus-Simulator rauskommt, weiß ich immer noch nicht. Ey, ich hasse Spikes. Ne, ich hasse Spikes. Ich hasse echt Spikes. Mann. Ich hab zwar auch welche hier, aber... Mann. Das ist unfair, echt. Also Spikes unfair. Ja, Bus-Simulator weiß ich immer noch nicht, wann der rauskommt. Steht noch nicht fest. Alter, was mach ich? Junge. Also ich... Ich bin grad echt schlecht. Und... Keine Ahnung. Was... Was nehm ich nochmal so auf? Eigentlich nur Roblox. Und Rocket League. Und halt... Ey, die outplayen mich so hart gerade. Oh, Junge. Das war so knapp. Alter Schwede. Also... Am Anfang waren die echt schlecht. Aber jetzt bin ich echt schlecht. Komm. Nein. Ob der... Junge. Wie weit geht denn bitte der Ball und der... Ja, okay. Wenn die so zusammenspielen, Digga, keine Chance. Wenn die... Also... Was willst du da machen? Ich will so ein Tor machen. Er macht eine Parade. Und dann kommt... Es steht ja der andere. Es ist einfach... Also das ist echt dumm. Also das... Das ist nicht so... Das ist auch nicht Sinn dieses Modus, finde ich. Das ist einfach... Das ist einfach schade so, dass ich das... Ja. Junge. Meine Güte. Ja, da komme ich doch nicht ran. Oh, Mann. Es ist so schade, ey. Ja, gut, Leute. Das war's mit dem Video. Keine Ahnung, was ich noch machen soll. Ja. Das war's mit dem Video.